jo da sind wir wieder ein hallo und ein hässliches willkommen heute mit wuffi den habe ich mir unterwegs geangelt zack da folgt man hoffentlich ohne dabei zu sterben na wuffi noch gar keinen namen für dich müssen wir noch was einfallen lassen wie ist mit holz aus könnten wir eigentlich mal ein bisschen noch ein bisschen holz wird das schlage ich somit mal post raus so ich mal meinen kopfhörer abnehmensitz ich nicht wie laut ich spreche hier nicht die nachbarn wecken so ich mach mal hier gerade nur so eine probeaufnahme so ganz komplett ohne audio city und heute will uns nicht anstehen ich habe auch nichts für den hund hier so gehen wir mal lang ich will jetzt nicht dass der hund gleich stirbt ein bisschen anderer hund ok ja wofür kommen mit fallen wir glaube ich zu tief kommen bei einem oder raten will ich nach unten finden ohne dass du die knochen brichst wenn wir hier untergehen kommt dass das doch besser so wir sind noch auf erkundung weiter das wird auch so bleiben wie gesagt bei dieser folge was direkt auf mein rechner stattfindet wenn wir nur landschaft erkunden suchen dörfer zu finden da kommt mir schon so irgendwann hinterher das machen was das alles so gibt vor allen dingen vor kurzem erst ein update stattgefunden hat da kommen wir hier irgendwie runter da sind noch pülze das alles was irgendwie erstbar ist wir müssen ja sehen dass wir überleben so das noch ein wofi da habe ich auch gar kein knochen übrig gerade muss einen hund erreichen erst mal was er denn kommt hier los auch ein hund ok wölfe ohne ende ok treu begleiter mit einem guten zustand eigentlich muss ich ein bisschen füttern sehr gut besten zustand alles klar muss noch ein paar zombies töten wenn ich noch lecker fleisch für ihn habe so viele wölfe hier gut da geht das nicht ist der windend player ich kann auch so gar nicht skippen also wir müssen mit dieser horrormusik jetzt auskommen müssen eigentlich jetzt fluchst in eine hülle rein wo gehen wir denn lang ich will hier von lava gehen ich weiß nicht wie gut die KI ist ob sie hier einfach dumm hinein rennen würde das wäre doof wow, so viele Hunde man entsprechend wenig andere Tiere finden wir hier so, die Pilze nehmen wir mit hoch da na los Pilze, Pilze, Pilze man, hier viele Pilze haben wir was anfangen? gar nichts hier einer schreit? nö, ne? gut, wollen wir weitergehen die Musik ist bedrohlich wir sollten unsere Waffe ziehen oben haben wir noch nicht wir sollten einen Bogen bauen hm das ist nur ein See da oben sieht es nach einer Hülle aus das ist dämmer wir sollten einen Übernachtungsplatz suchen da bietet sich das hier oben geradezu an jup würde ich sagen guter Platz zum Schliefchen zu halten ne, Wufi? ich denke schon das bauen wir so ein bisschen aus hier keine Fackeln mehr doch, ein Stück habe ich hier noch am Start so können wir uns nicht übertreiben, ne? so, dann machen wir uns mal ein bisschen was hier ein bisschen Mauer hierhin so so Wufi Wufi so langsam mal nach Hause ach so so mhm was wollte ich machen? also mal in die Tür kräften einfach mal dass ich mir in die Tür reinstellen kann das sieht dann einfach schon besser aus so, wo ist noch ein Hund? komm Profi komm wirst du denn? komm komm ich hab lecker essen komm kommt der jetzt? Profi komm 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 rein hier so und sitz ach ja ist auch gleich happy weil der wieder was gefressen hat nicht, dass er zu dick wird noch oh hier so na komm da rein hop hier auch gute Nacht ach schlafen und da haben wir wieder ein neuer Tag halt wir machen uns vorhin nochmal äh aus Stein kann ich mir da nichts machen äh blub was wollte ich denn machen? achso ja ne Axt wollte ich mir machen und ich sollte mir auch nochmal eine Spitzhacke machen aus Eisen so mhm Hunger haben wir noch nicht aber ich kann noch ein leckeres Süppchen kochen hab ja alles da und die Pilze da 22 Stück da geht was so siehste Wolle da haben wir ja richtig viel zu essen äh das da hin so okay Steinschwert nur Steinschwert allein reicht mir nicht oh klar da wird länger überleben sollte wir auch ein Eisenschwert haben hüpp hüpp schwupp so ähm ja komische Geräusche hintergrund hört das ist der Fernseher ich hab da hintergrund gronk mit wie heißt sie? äh ich hab die Namen vergessen so das werdet ihr wahrscheinlich wissen äh wenn ihr es überhaupt hört ich hoffe nicht so diese Taschen sind schon so ein bisschen voll die Erde können wir eigentlich mal abwerfen so was ist der die Tür lassen wir hier drin so da wissen wir schon mal wenn wir die gewissen Sachen reden das ist ein Zombie da hinten da töten wir der ist schon tot ah guck mal da war sie so da haben wir einen lecker Happen und eine leckere Hühle zu erkunden ah die geht steil abwärts das ist nicht gut nicht gut für Wufi ne Wufi da gehen wir nicht runter wenn die direkt abwärts geht scheiße komm mal mit wir gehen hier lang so ah es kläffen die um die Wette ich weiß gar nicht in welche Richtung ich sollte mir einen Kompass kräften hopp hopp komm ich hier nicht durch ich glaub hier war ich schon ne kann das sein ich renne wahrscheinlich erstmal wochenlang im Kreis herum ohne dass mich überhaupt bewegen kann ja hier waren wir doch schon wegen ganzem Wölfen Entschuldigung gehen wir mal hier lang so schöne Musik spannend da macht das Wandern ja Spaß so einfach wo es natürlich möglichst wandern auch jetzt mit meinem netten Bett leider werden wir dann schwerlich in der Nacht überstehen können glaube ich wie sag ich mit Rüstung also ich hab keine Rüstung äh hab ich meinen neuen Skin schon gesehen ja na schön so so bin ich soweit nach oben noch mal wieder runter verletzt oh ja genau bunte Pilze ist gut brauche ich nur ein bunter Pilz wie schade mehr nicht ich wollte eigentlich erzählen dass ich hier dass das eben halt so eine Testaufnahme ist hier nehme ich alles mit OBS auf meine Tonspur alles eine Datei am Ende und ich hoffe das klappt so einigermaßen und der Vorteil ist dass ich das im Prinzip direkt hochladen kann dann wenn das dann geworden ist ähm hat Vorteil wie gesagt man hat dann ähm weniger Arbeit in Anführungsstrichen Nachteil ist allerdings wenn da was nicht in Ordnung ist man kann da wenig gegen tun aber man kann ich ja sowieso nicht wie ich da jetzt Vergangenheit gesehen habe gehen wir hier runter ähm ja äh haut das ja äh der Eintonspur hin die ich habe aber mit dem Video Tonspur hat das dann nicht hingehauen obwohl das in unbearbeiteten Zustand der Ton top war da will ich auch keinen Streit machen ne ja ok naja wie gesagt im original Zustand war der Ton gut und äh nach der Videobearbeitung mit dem Videobearbeitungsprogramm war der Ton dann scheiße und hackte und das Video selbst röckelte auch wie blöd ja dann hat er mir gesagt na probier es mal aus wir nennen es mal einfach komplett auf da bist du ja wieder muss man hier ein bisschen Kohle abbauen Kohle können wir gebrauchen dramatische Musik heute dramatisch episch vielleicht sogar schon so ich als Held als Verteidiger der Armen und Schwachen naja und nicht in mein Werkzeug laufen guck mal weg da Kohle mitnehmen ich stehe auf Kohle ich stehe voll auf Kohle hopp plupp zack haben wir alles siehst du wohl geht doch noch was kein Eisen oder so okay so ein bisschen wie Musik von Omen kann das sein oder täuscht das ein bisschen Sand mit so ein bisschen Klass machen würden wozu wir machen da kein Haus aber was könnten wir nehmen sie einfach mit so da haben wir Platz hoch Platsch Fleisch haben wir genug ne wir haben wir Fleisch genug wo auch nicht direkt jagen gehen die Musik die haben wir schon so oft gehört aber die ist ein bisschen an Rollenspielen Computerrollenspielen ich glaube immer DSA ich weiß das nicht ich weiß dass ich das schon mal gehört habe hier ist wieder mit ich denke das krabbelt auch in meinem Arm herum das Kabel das hat mich da gekillert oder sowas guck mal hier ich glaube was war eine Zoom-Taste haben wir nicht wenn ich zoomen wahrscheinlich wird dann nur ein Wort mit dem man zoomen kann so eine normale Manecraft kann nicht zoomen oder hier ist eine Höhle ich sollte was essen ein paar Fackeln bauen das über Kohle also Kohle mag es uns nicht hier ohne Ende viel Kohle und das war's das sagt Gasse ja wofür das war's wir haben hier nichts ist nichts für uns außer Kohle Kohle können wir hier aus der Decke reißen ohne Ende Kohle so Ende mal eine Folge die ich wieder in Vorproduktion gebe ein Glück auch das ist ja auch so mitten in der Nacht jetzt ich wollte ja nicht schon ins Bett gehen aber ich hab schon 2 Uhr aber oh Mann so ich würde noch gerne ein Dorf finden zack so ich hoffe die Musik ist nicht zu laut ich hab mein Mikrofon extra laut geschaltet aber ich muss bei diesem Computer den Mikrofon verstärken uah uah hab ich mein Hund jetzt verletzt bist du verletzt brauchst du was zu essen ne alles gut ok ähm gut ich denke das lassen wir das fällt da noch mehr runter das wollen wir nicht nicht dass sich noch einer verletzt so Schafe hier braucht man keine Wolle warum können wir hinsetzen irgendwo sollen wir nicht in die Bäume immer fällen hm das ist ein Setzling den brauche ich nicht so dringend Lava hm ein Dorf wäre jetzt nicht schlecht ich hoffe dass ich ein bisschen plündern kann so am besten noch vor der Nacht ein Bett hab ich mitgenommen ne ja muss ich schon sagen dass wir hier schnell die Schafe scheren müssen schütteln muss ich sie jetzt nicht mehr ja das ist nur so eine Wasserhülle ok wo wir noch da ja oh nichts da ist das nichts wir sind die einzigen überleben hier überleben na gut und hätte das Glück dass er ja noch so seine wir sollten ein Nachtlager finden hm guck mal hier weil wir süße Kohle haben wenn wir das hier aufschlagen unser Nachtlager mit der richtige Kohle hier raus holen und nebenbei uns ein Nachtlager bauen so was hältst du davon hm Profi wo bist du denn der Hund treibt sich wieder rum bei den Hühnern kann ja schon wieder ans Essen so so dann bauen wir uns mal hier rein würde ich sagen ah nicht so klein ich hab Platz ansonsten schon dunkel ich hab das hier noch nicht fertig hier ok muss ich schon einsetzen das Recht so hier ist drin so sind wir schon mal sicher und ich brauch ein paar Fackeln so mal schnell ein paar Fackeln so so machen wir Licht hier so hm angenehmer ne so äh was sollt ihr da draußen traut sich schon jemand rum ich find's aber noch zu klein ein tiefer hm so ich bezeige jetzt natürlich viel schneller so so ok gute Nacht solltest du auch schlafen guten Morgen Wuffi alles gut brauchst nichts zu essen oder hoffe nicht haben wir alles mit alles mit ok keine Motze die uns auf den Kopf fallen wollen nö na gut dann gehen wir so hier waren wir schon mal dann kommen wir sowieso hinterher gleich so dann gehen wir mal weiter und gucken wo wir mal ankommen ich will noch auf dem Bildschirm gucken wie mein Pegelaufschlag ist das kann ich jetzt nicht sehen hm da ich ja nur auf einem Monitor spiele ist das ein ziemlicher Blindflug eigentlich aber ich glaube ich laufe im Kreis ne ich habe das Gefühl ich laufe im Kreis die ganze Zeit laufe ich im Kreis ich laufe im Kreis im Kreis oh hier sind Knochen das ist gut und Pfeile auch gut gut die Hunde sind fleißig gewesen hallo ihr Wuffis was ist mit meinem Wuffi ja da kommt er ja ja wahnsinnig viele Wölfe hier ne am Server muss ich sie richtig suchen gehen ja hier sind sie alle aufeinander boah hier geht es tief ab gehen wir hier hinten runter das ist nicht auf einmal steil hm da kommt es nicht ganz schön verlaufen so ohne Kompass ist man doch ein bisschen aufgeworfen aber Rettsturm da müsste ich eine fette Hülle finden originativ runterkannen um Rettsturm zu finden dann könnte ich mir einen Kompass bauen das wäre nicht schlecht ich mache die Folge auch nicht ganz so lang erstmal weil das ja auch erstmal nur eine Probeaufnahme ist zu zweit wir haben meine Folgen gar nicht so lang geguckt wie sie lang sind habe ich hier festgestellt man kann hier die Statistik aufrufen dann kann man es ja sehen ich nehme euch das einmal weg so Wofür ist noch da? ja Wofür ist noch da? ja Pilze habe ich genug hier brauche ich jetzt keine mitnehmen ich brauche von den roten Pilzen noch ein paar irgendwie hopp 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 wow ist hier irgendwie sehr tödlich alles hier ne tiefe Schluchten hier überall ich hoffe mein Hund fällt da nicht runter wow sollte ich vielleicht vermeiden mit dem Hund lang zu gehen was macht er? gut ist nicht heruntergesprungen nicht so zieht gefährdet man muss echt aufpassen die Musik ist Terror die Musik ist echt Terror ich glaube hier waren wir schon mal wir laufen in unerwegenen Kreise ich meine das zu kennen hier oder doch nicht denn ist noch eine fette Höhle vielleicht aber die geht nicht steil abwärts da kann man immer schön rechts am Ring und das war es schon das war die fette Höhle na super das hat sich richtig gelohnt nimm die Kohle mit ich kann es umsonst hier fahren ich würde hier gerne mal was finden hier ah was ist los? was drängst du denn? wo bist du denn jetzt? was ist der Hund denn jetzt? weg ist er weg ist er so okay das haben wir wo viel ist noch denn noch? da ist auch noch eine Höhle geht in zwei Richtungen Fackel anstatt das Wasser mal abstellen hier so wir können ja noch ganz gut Eisen gebrauchen wäre ja nicht schlecht und diese Rettstum wäre auch nicht das verkehrteste aber das sind alles ja Sackgassen ich weiß und sehen wir hier nicht so richtig Glück Kohle das sind wir natürlich mit Kohle 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 oh das ist gefährlich ich bin die Giba fiese Musik warte mal mit ich dachte er bleibt bei diesem Channel da wäre alles vorwiegend Game Musik gewesen ich habe jetzt nicht zugehört aber das ist so ein Orchester gewesen das gespielt hat und da kann man natürlich ganz schnell wegen Gima gleich hier erstmal wieder eine Sperre kriegen das wäre doof weil das will jetzt nicht sichtbar sein für in Deutschland Liebende das wäre doof das wäre doof das wollte ich jetzt nicht so deswegen habe ich mal schnell alles ausgemacht und hier ist nix da drüben ist noch eine Höhle mal gucken da ist schon ausgeläucht okay dann gehen wir rüber da haben wir jetzt hier direkt hoch hier rüber hop da ist auch noch Kohle direkt draußen das ist gut ich nehme mal mit dann kann ich genug Kohle haben so darum ist er auch noch Kohle wegschaffen ist noch Hund wo ist noch da oder folgt uns zumindest noch irgendwann mal und Sackgasse okay ja und das war auch ein Weg umsonst aber deswegen sind wir ja unterwegs huch was du denn da schreck dich nicht so so dann gehen wir jetzt hier durch die Spalte riesige Kiesberge hier da sind noch Kühe noch mehr Kühe tut mir leid Dankeschön gut geholfen so können wir ein bisschen Pilze über machen wo geht es denn wo hier hin machen wir mal gucken ich bin sehr gespannt ob das überhaupt auch aufnimmt so weil ich hier gegen Schnittprogramm vermeiden will das kann man bei YouTube auch schneiden das hat ja auch so eingeschränkte Videobearbeitungsmöglichkeiten ich weiß aber nicht ob ich die schneiden kann ob man einen Startpunkt setzen kann und sage ich ich glaube ich meine ja ich werde mir bei Zeiten mal angucken wir müssen uns ja überlebensichern und noch Hunger naja alles gut so oh nö ein Pärchen lassen wir schön am Fluss entlang auch schön dann müssen wir so wieder Berge tonnenweise Kohle lassen wir jetzt mal liegen komm wir haben jetzt mal ausreichend Kohle oh Zuckerrohr hoffentlich zwingend ne und kannst du ja schwimmen ne so also das ist nass ne hop 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 komm mal wieder hoch hier hop die Sonne steht schon wieder tief wir müssen wieder eine Höhle finden für die Nacht wir müssen wieder eine Höhle für die Nacht finden das wird hier ein bisschen schwieriger weil dieses Zeug ja leider nicht stehen bleibt wenn man das weggräbt würde einem direkt auf den Kopf fallen einfach so hier haben wir eine Gesteinswand da ein bisschen laufen komm mit dann haben wir hier Kohle zum anderen haben wir fest ein Dach über dem Kopf wenn wir das hier freischaufeln so machen wir Kohle mal weg da wo es stand 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 auch noch mal zu viel von komm her Wofi ich will hier zu machen Tür rein auch offen so dann kann ich hier nochmal schnell da haben wir eine Fackel hier hin so so aber wir kommen bald rein hier fahrt da nicht draußen so der Trip komm, 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 komm hörst du hier komm 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 nicht ja nicht, dass er stirbt ich weiß, aber ich mag Kohle das ist so wahnsinnig viel Kohle hier er meinte, ihr sollt schlafen gehen, ja du hast recht, aber ich will die Kohle hier und wir sind hier drin sicher kann gar nichts passieren mal ein bisschen größer machen die Höhle hier so ja, ich weiß, das ist ein Blödsinn großflächig hier alles abzubauen aber ich mag es so okay schön das Plätzchen, ne können wir hier so das Bett hinstellen und dann haben wir uns da nochmal eine Fackel hin dass wir hier so dunkel sitzen ähm ach, den Ofen können wir uns auch mal hinstellen auch hier in den Ofen ist das nicht so kalt hier stellen wir hier hin so mal ist ein bisschen Kohle rein Kohle rein und das Fleisch hier so alles klar dann können wir schlafen gehen gute Nacht ah wunderschön guten Morgen und es geht weiter so Fleisch ist auch nicht fertig müssen wir noch ein bisschen warten na warten wir noch ein bisschen setz dich ein bisschen hin dann hast du noch Zeit irgendwas essen gut so ja ja dann bist du gierig jetzt so so das ist fertig sehr gut hopp dann machen wir den Ofen dass wir noch ausbrennen also Kräften-Teilich weggepackt das brauche ich nochmal kurz so und machen wir mal eine Kiste einfach um ein bisschen Giraffe abzulegen ich will es nicht einfach nur in die Natur schmeißen Kram so ich mach mal so so und das da rein ein bisschen Stein dabei zu haben kann nicht schaden so haben wir kann so ein paar Suppenschalen machen Fell brauchen wir auch noch eine Rüstung draus bauen oder was auch immer draus bauen kann man vielleicht brauchen den Wuffi unter Futter sozusagen gut dann brauche ich die Kohle hier nochmal weil das machen wir natürlich Blöcke ist ja gut klar hopp klick 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 dann schnell äh reich nicht aus so sind äh sind 6 ne wir haben genug Fackeln brauchen wir keine Fackeln machen wir haben genug Fackeln alles klar das Material wir haben das Essen Material so ah ne fällt ja auch unteressen gut dann haben wir alles so dann nehmen wir das mit was wir mitnehmen wollen das hier natürlich und das hier natürlich so und wo Futter wieder aufstehen so wir kommen weiter achso mal in der Verkehr wo wir waren wenn wir wieder im Kreis laufen stoßen wir bestimmt dann wieder drauf so scharfe okay spannende Musik oder ist noch Kammelfleisch Rundefutter sehr gut mitnehmen also die Berge hier sind schon ganz geil aber ich würde mir doch schon mal wünschen ein bisschen NPC Dorf oder so zu finden hier im Kreis da waren wir schon den Baum kenn ich was ist das denn? Lama habe ich noch nicht gehabt was ist das denn? Lama guck mal Lama cool ich glaube hier ganz viele Kühe ey wenn so viele Kühe da sind dann können wir mal ein bisschen was mitnehmen wie schnappt sich der Hund ok haben die angesprochen die Sau Dankeschön das erste geben so und das und so gleich haben wir 6 Fleisch 17 Leder hm Zombie den schnappen wir uns komm her komm her komm her in die Sonne in die Sonne bitte warm ach jetzt trinkt der Hund ihnen wieder zu geil so haben wir sehr gut sehr gut gemacht machen wir mal Licht damit die Monster hier nicht so schöne Spawnpunkte bekommen versauen wir ihn einfach mal schon wieder dunkel ich zieh zu es gibt Regen gleich gut wir gehen weiter bestimmt waren wir hier auch schon oder die Berge sind ja geil dann können wir schon nehmen wir mal in diese Richtung und diese epischen Höhlen da hinten sind wir hier bloß gelandet krass das nicht geil ist oder rüber hier mal Fackeln hin natürlichen Lebensraum für die Monster ein bisschen verschlechtern Kohle mit vielleicht jetzt nicht hoch hier bleib ruhig unten wir gehen weiter wir haben genug Kohle wir haben genug Kohle und jetzt muss ich auch mal zum Schluss kommen ich muss nämlich auch mal schlafen da oben ist auch noch so eine geile Höhle kann man da hoch irgendwie natürlich kann man da hoch oder auch nicht schaufel 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 hallo oh ein Pigment der ist ein kleiner da habe ich mich runtergedrängt das ist natürlich nicht so schlau gewesen also jetzt kleine Viecher muss ich erst mal holen aua klasse oh ich bin gleich tot nee in den Schatten laufe ich in den Schatten ich doof kopf tauch mal zu das ist scheiße wie ich jetzt schnell ich muss was essen unterwegs schnapp dir Hund schnapp dir Gott sei Dank na und na wie geht es dir muss ich was essen gut ich habe es gegessen ich habe es gegessen der Hund soll es essen nicht ich und jetzt habe ich das gegessen das scheiß damit vielleicht mann wie ich blöd ach war das knapp ah da ist noch ein Pilz oh der sieht auch gut aus aber ich habe wirklich das Gefühl ich werde im Kreis sozusagen gedrängt dazu im Kreis zu laufen oh der Musik hat ja auch richtig gepasst dazu Mann war das schlässig das war mir zu viel auf einmal da bin ich noch nicht ausgerüstet genug ja Freunde ich glaube ich mache mal Pause ich muss mal wo ein bisschen schlafen dann klemm ich nochmal den Berg ein bisschen hier wahrscheinlich sind wir gleich wieder in der selben Position wie wir eins aufgehört haben kann ich mir gut vorstellen ich will den Dorf finden noch aber ich finde hier keins ich glaube nur im Kreis habe ich das Gefühl Husten gleich krank ganz doofen Reißhusten habe ich jetzt gerade ja hier waren wir doch schon oder Mann jetzt geht meine Stimme weg Kühle hier ohne Ende kühl sollen wir noch ein paar mitnehmen haben wir noch ein Team hier hopp hopp schnappen die Dankeschön sehr gut und die Nächsten bitte hopp Dankeschön hopp die Nächsten Anträger da sollten wir auch gucken dass wir wieder ein Nachtlager finden auch schon fertig Dankeschön hast du hier verdient jetzt werden wir mal was essen so das wird wenn wir ein schönes Nachtlager suchen können das ist ganz gut aus identiefe Erdspalte ist nein ist ja nicht und ist noch da so eine kleine Höhle sein wunderbar eine kleine Höhle das passt die bin noch hoch aber was wollen wir denn mehr hopp ja komm rein komm rein hier hopp rein mit dir hopp komm hier komm hier komm hier komm hier komm hier ich will die Tür einbauen hey du hast ach dieser Hund na komm rein hier jetzt ach dieser Hund der kommt nicht rein hm ich gehe schlafen dann muss noch die offene Tür bewachen so hat er geschafft wunderbar warum schläfst du denn nicht und du hast hier frisches Fleisch hier schön gebraten ab hat er das Bett eingepackt ja hab ich alles klar so wir sind immer noch kein Stück weiter komm her na wo wie so wo wie ich jetzt hopp so hui huuu so na so jetzt hier schön was du das alles klar so Freunde tschüss so ich bin weg alles klar hoffentlich hat das alles geklappt mit der Aufnahmetasse ich drück mal mal die schöne F12 das ist bei mir die Aufnahmetasse ich hoffe ja er hat auch gestartet und bändet jetzt und startet nicht nein egal alles klar tschau habt euch wohl bis demnächst euer Jockel tschau tschüss